Happy Birthday, M.D. Harun Mir. Happy Birthday, Abdul Manan. Happy Birthday, Prinz Babu. Happy Birthday, Shabita Simamura. Und heute spiele ich mal wieder Kreativmodus. Viel Spaß. Okay, und da kommt eine Runde Weapon Master Kreativ. Eine Runde Multi-Team-Play im Bett. Brauche Knarren! Beteilig! Head there! Beteilig! 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 Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Ich hab da was gesehen, aber, naja, kommen wir da zur Sagenheit, ne? Eieieieiei! Das war schlecht. Egal. Ah, Schrott hinter jetzt, ne? Gegner gesichtet. Das ist jetzt doch nett. Ach, geht's. Oh. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Ich bin jetzt weiter. Ich hab elf Kills. Hey. 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 Oh, Mann! Gegner gesichtet der erwischt mich immer das ist Aldi Head there! Ach, ne Pistole jetzt, ey. Head there! Nein, Mist! Ich wollte den King doch noch haben! Na ja, was sollts. Das war die erste Runde, die zweite kommt gleich, ich war nur die Nummer 2. Jamscham Team Match, 1 gegen 1. 1 gegen 1 ist doch kein Team Match. Team Death Match. Ich höre andere Leute. Es bin nicht nur ich, also kein Team Match. Wiii, die Sachen einsammeln. Okay, dann schauen wir mal. Was nehmen wir? Wir nehmen eine P90. Und wir nehmen... Ah ja, ich muss er aufgereichen. Okay. 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 Deneemer Adam mit einem Trämmh. Deneemer Adam mit einem Rauchstall. Deneemer Adam mit einem Rauchstall. Deneemer Adam mit einem in den Rundgang. Deneemer Adam mit einem Frust von Hagen. Deneemer Adam mit einer Daumen. Ich hab nicht einen killt, das gibt's doch nicht. Den gekauft. Lamm wäre so weh. Ich hab nicht einen killen. Ich hab nicht einen killen. Ich hab nicht einen killen. Doppel-Kill! Also ich denke mal wir gewinnen, aber ich werde die Runde ganz schlecht abschneiden. Doppel-Kill! Triple-Kill! Quadra-Kill! Gegner gesichtet! Und noch einer? Doppel-Kill! Ich nehme eine andere Waffe! Ne, ne, ne! Ah! Mit snipern! Bei dieser Runde ist es glaube ich nicht so gut! Doppel-Kill! Ich nehme eine andere Waffe! Doppel-Kill! so jetzt probieren wir mal mit der drei hier gibt es ressourcen ich muss schon mal ausprobieren okay mp40 zwei mp40 okay dann kann ich die fernrohre benutzen gegner gesichtet wow wir haben verloren und ich dachte wir gewinnen naja egal ja dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei nicht bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf Wiedersehen